Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo ihr wertlosen Schweine da draußen, die uns zuhören, ihr totalen Dumpfheifen. Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Kleine, Schmutzige Briefe. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die olle Sumpfkuh-Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo, du brauchst es auch nochmal richtig besorgt bekommen und deine Mutter war auch ein dreckiger kleiner Esel oder so. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Wir müssen noch üben mit dieser Obszönität. Ja, wir müssen wirklich noch üben. Hallo nochmal auf normale Art und Weise zu unserer Besprechung. Also, der Film heißt, wie gesagt, Kleine, Schmutzige Briefe, startet am 28. März in den deutschen Kinos und ist, glaube ich, hauptsächlich, würde ich behaupten, wegen der Besetzung interessant, denn wir haben in den Hauptrollen Olivia Colman und Jesse Buckley. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt so Darsteller, Darstellerinnen, wenn die irgendwo mutspielen, ist mir klar, will ich es sehen. Und gerade bei Buckley und Colman ist es bei mir auch so, wenn die irgendwo sind, dann will ich es sehen. Wie ist es bei dir? Ja, ging mir auch so. Also, ich habe den Titel gesehen, der hat mich jetzt nicht so unbedingt angesprochen. Und das Szenario wusste ich da. Ich wusste gar nicht, um was es geht. Aber als ich gesehen habe, dass Olivia Colman mitspricht, die ist für mich immer, ich finde die immer großartig. Und bei Jesse Buckley ist es so, die interessiert mich immer total, weil die sich so besondere Filme raus sind. Also, wie jetzt zum Beispiel hier ein Thinking of Ending Things, der ist ja ziemlich cool. Oder auch hier Fingernails hatten wir ja letztens. Aber wenn ich sie dann sehe, dann, also, mich stört manchmal, dass sie ihren Mundwinkel an der Seite zu hoch zieht. Ich komme da nicht mehr drüber weg. Da habe ich mich jetzt voll drauf eingeguckt, dass ich immer so, dieser Mundwinkel. Also, Jesse Buckley ist für mich der Mundwinkel. Und ich mag sie gerne, aber ich irgendwie, ich sehe dann bei ihr, bei Olivia Colman ist für mich eine Schauspielerin, die mit ihren Rollen verschmilzt. Und Jesse Buckley ist für mich immer Jesse Buckley. Und da muss ich, glaube ich, jetzt mal ein bisschen mit klarkommen erst mal. Ich verstehe, was du meinst. Außer das mit dem Mundwinkel. Ich finde auch, dass Colman eine Darstellung ist, die so wirklich in ihren Rollen aufgeben kann. Und Jesse Buckley, also, die spielt auch toll. Ich weiß auch nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Vielleicht ist es mehr so, dass Olivia Colman ihre Rollen mehr intrinsisch angeht. Ich kann es jetzt auch nicht besser beschreiben. Aber ja, ich bin da voll, wie gesagt, auf deiner Seite. Außer das mit dem Mundwinkel. Wobei, ich sehe gerade das Poster und Jesse Buckley hat den Mundwinkel nach oben gezogen. Ich denke, verdammt. Ja, das macht sie auch. So guckt sie immer. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, dann bin ich halt so ein bisschen aus der Rolle raus, weil sie halt dann Jesse Buckley für mich ist. Und wo wir auch noch darauf zu sprechen kommen, sie wird in diesem Film, sie spielt auch sehr gut. Sie kann albern spielen und sie kann aber auch sehr ernst spielen. Und das ist in dem Film mit der Tonalität, wie ich das fand, werde ich noch gleich erwähnen, auf jeden Fall. Ja, gerade eben hast du ja schon gesagt, dass du über den Film eigentlich nichts wusstest. Jetzt hoffe ich aber sehr deutlich gesehen, dass du zumindest weißt, worum es geht und uns eben kurz sagen kannst, ja, worum geht es denn in kleine schmutzige Briefe? Ja, also wir befinden uns in einer kleinen britischen Stadt, Littlehampton, in der skandalöse und sehr obszöne, also wirklich obszöne, das was wir gerade gemacht haben, das ist lächerlich dagegen. Hier wird auch das F-Wort rausgehauen, da wird alles, es wird sexuell, es sind wirklich obszöne Briefe. Und die landen bei einer sehr gottesfürchtigen Familie, zunächst später auch bei vielen anderen und zwar bei Anne Edith, heißt die Person, die von Oliver Coleman gespielt wird, werden diese Briefe gerichtet und es fällt sofort der Verdacht auf ihre Nachbarin, nämlich auf Rose, gespielt von Jessie Buckley, die eine, ich sag mal, moderne Person ist, also sie flucht auch gerne, sie geht gern trinken mit den Jungs, sie lebt mit einem Mann zusammen, der offensichtlich nicht der Vater ihrer Tochter ist. Und da ist dieser Verdacht eben sehr schnell gezogen und es wird eben darum gehen, ist sie wirklich der Autor dieser Briefe? Und es wird dann so ein ganz kleines bisschen, wir lösen diesen Fall, Film, weil sich ein paar ältere Frauen dann zusammentun oder nicht nur ältere, weil sich ein paar Frauen zusammentun, um dann den wahren Verfasser der Briefe aufzudecken. Ja, vielen Dank. Das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte, habe ich in meiner kleinen Recherche erfahren und 2020 ist wirklich sowas vorgefallen. Allerdings endete es zwar dann auch damit, dass der Übeltäter überführt wurde, aber die Geschichte ist dann doch nicht so, sag ich mal, komödiantisch, wie sie jetzt hier in diesem Film abgehandelt wird. Wobei, ist sie wirklich komödiantisch? Also ich habe mich dabei entdeckt, dass ich schon ein paar Mal so im Kino saß und ich dachte so, da ballte sich die Faust in meiner Hosentasche, weil ich dachte, es ist gerade echt unfair, was hier passiert, denn du hast ja schon gesagt, die Rose, also Jesse Buckleys Charakter, die wird ja wirklich von allen, von ihrem gesamten Umfeld quasi vorverurteilt, weil sie halt in Anführungszeichen modern ist. Ja, und weil es der Gesellschaft, weil sie als Person der Gesellschaft nicht passt, schießt man sich halt auf sie ein und auch wenn so Argumente kommen wie, können wir mal, also die Briefe sind natürlich von Hand geschrieben, können wir vielleicht mal einen Schriftvergleich machen, ob sie wirklich, ob das ihre Schrift ist? Nee, braucht man nicht, ist doch klar, dass sie das war. Also so wird da argumentiert. Ja, das ist aber eine Sache, die mich, ja, gestört hat, würde ich schon sagen. Ich finde, dass der Film, der wirkte auf mich nicht so durchgängig homogen, weil er sich manchmal nicht so entscheiden konnte, will ich lustig sein, will ich ernst sein, will ich aufrütteln, will ich vielleicht sogar eine richtige kriminalistische Geschichte dir erzählen? Nichts davon macht er so richtig, aber auch nichts davon macht er richtig falsch. Es war immer so in der Schwebe. Wie hast du den Film in der Bar genommen? Genau, das ist genau das, was ich meinte mit der Tonalität und auch als ich sagte, dass Jessie Buckley eben beides spielen kann. Ich finde, die spielt das durchaus ernst und was du eben auch sagtest, für mich war das eigentlich in erster Linie keine Komödie, obwohl der leicht ist, auch allein durch diese Sprache. Wir haben hier diese ganz schreckliche Hintergrundgeschichte mit, dass Edith, die diese Briefe kriegt, eben in ihrem Haushalt mit ihren Eltern lebt und ihr Vater ist wirklich fies. Also der ist sehr religiös, unterdrückt seine Tochter, nutzt sie aus. Weiß ich nicht, ob er das so sagen würde, aber sie ist wirklich unter der Knute ihres Vaters sehr unangenehm. Er bestimmt, wen sie treffen darf, er bestimmt, welchen Männern sie zu verkehren hat und sie ist ja schon, sie ist Ende 40. Und da eben ging nebendran diese Nachbarin, die eben auch, sie ist so wie sie ist, aber sie darf es nicht so ganz in der Gesellschaft sein. Das ist ziemlich ernst. Dann haben wir die Polizistin gespielt von Anjana Vazan, die eben auch eine der ersten weiblichen Polizeipersonen ist, Polizeifrauen, Polizistinnen und da eben auch überhaupt nicht ernst genommen wird. Das sind durchaus sehr ernste Themen. Und dann haben wir aber zwischendrin wirklich überzogen humoristische Spitzen, die in keiner ernsten Situation, also es ist nicht so, dass es eine Situationskomik ist, die es da auch gibt. Sondern diese eine Person, die dann dauernd sagt, okay, ich muss jetzt ganz dringend ein hartgekochtes Ei essen, sonst passiert hier gar nichts. Und es soll ja eindeutig humoristisch sein. Und da ging es mir wie dir, dass ich da nicht ganz verstanden habe, soll ich dich jetzt ernst nehmen oder ist es hier ein bisschen albern gemeint? Das hat mich auch gestört. Weil es halt wirklich Szenen gab, die dazu komplett so konträr wirkten. Also du hast schon den Vater erwähnt von Edith, gespielt von Timothy Spoil, der macht auch einen guten Job, weil der ist halt wirklich verachtenswert und hassenswert, wie der mit seiner Tochter umgeht. Und man kann es hier auch, glaube ich, echt abkürzen, dass es in dem Film auch durchaus dadurch geht, dass Frauen versuchen, sich durchzusetzen. Also du hast die Polizistin schon erwähnt, du hast Jessie Bugti, die sich auch wirklich, also das ist, glaube ich, nur noch die, die in Anführungszeichen gesetzt am emanzipiertesten ist. Wobei das auch wieder gleich eine Stufe zu weit drüber gesetzt wird, wenn sie da irgendwie wie so ein irischer Raufbold sich dem Whisky verschreibt. Aber ich für meinen Teil hatte schon das Gefühl, dass die Regisseurin Thea Sherrock hier schon eine ganz klare Geschichte von einer Befreiung erzählt. Denn wir werden jetzt hier nicht verraten, wer die Briefe geschrieben hat, aber es gibt einen Grund dafür, warum diese Briefe geschrieben werden. Das ist ja auch eine Art von, ich nenne es mal Kanalisation, die da stattfindet. Ja und ganz ehrlich, also wenn ihr den Film guckt und also wer diese Briefe schreibt. Es ist relativ offensichtlich, aber ich glaube, wir müssen es jetzt hier nicht verraten. Nee, genau, aber es war, ich weiß jetzt, das sollte, ja so eine große Überraschung war es da nicht, aber es war trotzdem sehr gut, der Film macht dann trotzdem Spaß auch auf dem Weg dahin. Ja, also wie gesagt, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie dieses Kriminalistische vielleicht ein bisschen mehr herausarbeiten. Das kam ja immer, das waren so kleine Phasen und sich vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, so ein bisschen zu verschleiern, wer jetzt wirklich der Autor oder die Autorin dieser Briefe ist. Ja, das war alles so halbgar, wobei ich halt wirklich überrascht war, wie drastisch die Sprache in diesen Briefen war. Also nach der Vorstellung gab es wirklich auch ein paar Leute, die haben sich dann förmlich ein bisschen beschwert, weil sie gesagt haben, dass diese Worte sind echt ein bisschen hart. Ich meine, gut, wir zwei Kodderschnauzen, ich meine ganz ehrlich, wenn das von aus ist, wir reden die ganze Zeit so, also uns ist das egal, aber ich war auch überrascht, dass da halt eben sehr oft zum Beispiel das Wort vorkommt, das sich auf Rotze reimt. Ja, und eben sehr viel, was sexuell passieren sollte mit der Person. Dir sollte mal Piep in Piep und alles mögliche, genau. Aber findest du, dass der Film da einen guten Job macht, dir begreifbar zu machen, dass das, wo der Film spielt, also irgendwann zwischen dem ersten beiden Weltkriegen war es, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Ne, 1920 war es, ja genau. Also glaubst du, dass der Job da einen guten, glaubst du, dass der Film da einen guten Job hinbekommt, dir klar zu machen, wie kraftvoll wirklich diese Worte sind, die auch heute noch kraftvoll sind, aber natürlich damals vor 20, 100, vor 20 Jahren, ach vergesse, vor 100 Jahren. Also ich glaube, vor 100 Jahren war so das böse F-Wort nochmal ein Faustschlag mehr in die Fresse als heute. Ja, also wir wissen natürlich nicht, wie das dementsprechende C-Wort, also es ist bestimmt, es ist auch eindeutig ein ganz schreckliches Wort, auch auf Englisch, aber vielleicht war das, fluchen die Engländer vielleicht auch einfach lieber, zumindest in einer bestimmten Schicht als bei uns. Und da hat das Wort dann vielleicht eine andere, eine andere Nuance als bei uns. Aber ich denke schon, dass selbst, dass der aus heutiger Sicht fluchend geschrieben wurde. Also, dass man damals auch mit weniger Schimpfwort Extremität den Effekt erreicht hätte. Aber es wird uns schon eindeutig im Film gezeigt, wie schlimm das ist, was wir da eigentlich hören die ganze Zeit. Ich meine, wir finden es ja auch als moderne Zuhörer. Ja, findest du, dass es gut gelöst war, wie Rose eigentlich dargestellt wird? Also ich hatte ein bisschen meine Probleme, sie als Sympathiefigur mit ihr klar zu kommen, weil sie zum Beispiel, also sie ist sehr raufbeulich und sie ist sehr irisch, so könnte man es vielleicht sagen, im besten Klischee. Aber sie hat ja auch eine kleine Tochter und ich finde, dass, also sie wird immer so als liebevolle, aber auch sehr burschikose Mutter dargestellt, aber ich für meinen Teil habe das nie so wahrgenommen. Ich dachte mir mehr so das arme Kind. Ja, du spielst bestimmt darauf an, das Kind möchte gerne Gitarre spielen und die Mutter sagt, nee, darfst du nicht. Also, sie geht jetzt nicht auf ihr Kind ein, sondern ist auf ihre Art trotzdem noch sehr streng und sie wirkt sehr egoistisch, fand ich. Was ich wiederum gut finde, du meintest vorhin kurz, sie ist vielleicht die feministischste Figur. Also, das ist zumindest die Figur, die am meisten zu sich selbst steht. Ja, sie steht zu sich selbst, genau am meisten, was nicht unbedingt heißt, dass die Person, zu der sie stellt, gut ist. Also, es ist ja auch, das finde ich eben irgendwie auch gut, dass die gute Figur im Film nicht perfekt gut ist, sondern eben trotzdem noch ihre Fehler hat. Und man denkt auch die ganze Zeit erstmal natürlich, ja, lass deine Tochter doch mal Gitarre spielen oder hör ihr doch mal zu. Und auf der anderen Seite auch, ja, okay, jetzt reiß dich doch mal ganz kurz zusammen. Muss es jetzt sein, dass du hier jetzt auch noch so rumfluchst? Aber es ist eben dann doch irgendwie okay, dass sie halt einfach so ist und sich dann so verhält, oder? Ja, schon, aber ich, aus meiner Perspektive, ich hatte immer das Gefühl, also, dass die Tochter mir halt echt ein bisschen leid tat, weil ich sie, also, so wie sie Mutter dargestellt wird, wird sie zwar auf der einen Seite als rebellisch und auch tollkühn und auch mutig und couragiert gezeigt und sie liebt auch ihre Tochter, das steht auch außer Frage. Aber da gab es immer wieder so Momente, wo ich dachte, also, sie wirkte halt so ein bisschen auch versoffen manchmal und ich, natürlich war es damals eine andere Zeit, aber es gab schon den einen oder anderen Moment, wo ich mir dachte, also, wenn, wenn jetzt jemand kommt und ihr das Kind wegnimmt, dann ist sie auch zu Teilen selbst schuld. Und das ist jetzt, das liegt nicht nur daran, weil damals Leute, die zu sich selbst gestatten haben, irgendwie bestraft worden sind, weil sie dem System nicht gepasst haben. Ja, ich finde schon, also, sie ist auf jeden Fall keine perfekte Mutter und ob sie liebevoll ist, ich glaube schon, dass sie es ist auf ihre Art, das wird im Film aber nicht unbedingt gezeigt, das müssen wir dann einfach annehmen, weil wir auch sehen, wie gut die Tochter ihre Mutter findet, also, dass sie auch zu ihr steht. Ja, klar. Und dadurch wird ja klar, dass sie sie dann doch auf eine Art erzieht, die der Tochter dann doch irgendwo ganz gut tut. Also, irgendwie ist es doch schon so, dass Edith und Rose quasi so eine Spiegelung sind, finde ich. Also, ich finde, beide sind in ihren Rollen mir ein Ticken zu extrem einfach, also, die eine ist mir ein Ticken zu rebellisch und die eine ist mir ein Ticken zu unterwirkt. Ja, das stimmt, aber das ist vielleicht, wird eben unter dem komödiantischen Ansatz dann verkauft, so. Wir müssen nicht super realistisch sein, sondern wir überzeichnen unsere Figuren hier, weil es ist ja eine Komödie. Ja. Wobei ich dann denke, sowas wie Edith, da denke ich wiederum, diese Leute gibt es dann halt dann doch genauso, in dieser Unterwürfigkeit. Und die Rebellen natürlich auch, ja. Ja, und ich muss auch sagen, dass ich Edith schon auch verstanden habe, also, weil dieser, wie gesagt, der Vater ist halt wirklich ein kolossales Arschloch, kann man nicht anders sagen. Und ich habe auch wirklich die Szenen am meisten genossen, in denen er mal, sag ich mal, ja, eine Faust zu schmecken bekommt. Ich sage jetzt nicht von wem, aber das tat dann irgendwie auch gut. Ich weiß, Gewalt ist keine Lösung, aber es tut halt manchmal ganz gut. Ist einfach so. Ja, das ist vielleicht dann auch dieses Schöne am Film, dass wir ihn eben so als Antichrist aufgebaut bekommen und dann nur darauf warten, dass er seine Bestrafung kriegt. Ja, man muss auch sagen, ich erwähnte es schon, es basiert auf einem wahren Fall und tatsächlich ist der wahre Fall in Anführungszeichen gut ausgegangen, aber diejenige, die da unschuldig verhaftet worden ist, blieb, glaube ich, fast ein Jahr im Gefängnis. Ui. Das sollte, also das war dann, im Film wird es ein bisschen anders gelöst. Ja, es ist schon, der Film versucht schon, dass man mit einem guten Gefühl da rausgeht, würde ich sagen. Ja, wir haben ja auch ein bisschen am Ende, wie heißt das, der liebe Kollege Timo, ein Courthouse-Film? Nee, dass man so eine Verhandlung mit… Courthouse-Drama, genau. Wir haben auch ganz ein bisschen von der Verhandlung bekommen wir auch mit und das war dann gegen Ende auch ein bisschen zu hoppladihopp dann. Also das reizt er auch nicht aus, der Film, obwohl er es ein bisschen dann doch schon auch zeigt. Als ich den Film gesehen habe, war ein ganz großes Thema nach der Vorstellung bei uns das Thema Diversität, weil es wirklich Leute gibt, also es gibt People of Color sehr viele, es gibt einen schwarzen Richter, wir haben jetzt diese indische Polizistin. Ich weiß nicht, wie das 1920 war, ob es das schon allgegenwärtig war. Ich muss aber sagen, ich konnte diese Diskussion nicht nachvollziehen, weil, also ich, mir ist es halt relativ egal. Ich finde halt, dass kleine schmutzige Briefe schon so ein bisschen auf historisch macht, aber schon genügend klarstellt, dass es eben auch eine, ja, fictionalisierte Version der wahren Vorkommnisse sind. Deswegen ist es mir egal, ob da jetzt eine indische Polizistin oder ein schwarzer Richter zu sehen ist. Ist dir das irgendwie aufgefallen? Spielt das für dich irgendeine Rolle? Ja, so vor allem bei indischstämmigen Personen bin ich bei britischen Filmen, denke ich immer, das wird schon alles so sein, weil die ja so eine krasse Kolonisierungsmacht waren und da eben eine starke Verbindung da ist und da dann eben auch viele dahin gezogen sind. Deswegen war das für mich wirklich kein Problem. Gut, hast du noch irgendetwas zu kleine schmutzige Briefe, die du Olle Sumpfkuh noch loswerden möchtest? Kleine, obszöne, dreckige, versaute Briefe. Wicked Little Letters. Nein, habe ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Post-Skriptum, nämlich unser Fazit und weißt du was, ich fange einfach mal an, ich drängel mich mal vor, weil einer muss es ja mal richtig machen hier und ich sage, letztlich war ich tatsächlich eher so ein bisschen ernüchtert vom Film. Ich fand sie jetzt nicht schrecklich, aber der läuft ja am 28.03. Wir nehmen auf Ende, nee Mitte Februar und eins kann ich euch sagen, wenn der in den Kinos läuft, dann habe ich ihn wieder vergessen. Das war kein Film, der mir wehgetan hat, das war aber auch kein Film, der sich im Negativen wie im Positiven, sondern nicht in meinen Synapsen festgehakt hat. Wenn ihr Fan von Olivia Colman und oder Jesse Buckley seid, gibt es für mich keinen Grund, dass ihr den nicht angucken solltet und mehr habe ich zu kleinen schmutzige Briefe nicht zu sagen. Ja, ich finde auch, wenn, also nicht nur, wenn euch die Schauspieler gefallen, sondern wenn ihr generell diese Art von Film mögt, also britische Filme, man merkt den britischen Humor ja schon ein bisschen. Das Hauptproblem, was wir auch angesprochen haben, ist eben diese komische, dieser Tonalitätsschwank, dass du nicht ganz sicher bist, wie ernst der Film will, dass wir ihn nehmen. Also es ist Humor drin, aber er hat eben auch so krasse bierernste Szenen. Vielleicht ist es auch was, was man als Brite viel besser versteht als als Deutscher und wir Deutschen sitzen hier mit unserer ernsten Brille und nehmen das Leben viel zu ernst und da darf kein Humor rein. Vielleicht ist es ja auch ein Problem bei uns einfach. Ich werde den Film auch bald vergessen haben. Ich meine, wann haben wir den gesehen? Vor drei Wochen oder so. Das ist ja schon wieder ewig her, aber ich habe mich währenddessen trotzdem unterhalten gefühlt. Deswegen, obwohl ich den Film nicht perfekt fand und durchaus auch Kritik habe, kann ich den Film trotzdem empfehlen, dass man sich den angucken kann. Alles klar. Dann sind wir hier mit durch, ihr Sacknahtmaden da draußen. Danke, dass ihr zugehört habt. Sacknahtmaden! Manchmal habe ich so Momente, da bin ich einfach sehr kreativ. Ich bin jetzt auch ein bisschen von mir überrascht. Soll es auch wieder schreiben, ja. Ich sollte auf jeden Fall mehr Briefe schreiben, das ist definitiv. Also ihr da draußen, ihr Unwürdige, ihr Gesocks, ihr könnt mal bitte ein Like und ein Abo dalassen bei den gängigen Podcast-Plattformen, denn es gibt überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch den verfickten Tele-Stamp. Ja, jetzt habe ich es gesagt, ich habe es gesagt. Außerdem haben wir eine verflucht geile Webseite, www.tele-Stamp.de steht, da könnt ihr da drauf gehen und mal auch ein paar Podcasts hören. Ihr blöden Idioten, ist ja furchtbar. Ihr seid so wertlos, ich hasse euch so. Oh Gott, jetzt müssen wir aufhören, bevor es hier wirklich... Ja, ja. So, also, vielen Dank. Hab ich jetzt Danke gesagt? Viel zu höflich. Ich hänge schnell meine Werbung hinten dran. Ich bin nämlich auch... Ja, mach deine verkackte Werbung jetzt. Die verkackte Werbung kommt jetzt hinten dran. Genau, ihr kriegt bei mir Bücher wie Kommunikation für Kanalratten, wie kann ich richtig geil fluchen, wie schreibe ich richtig hingerotzt dreckige Briefe. Geht einfach auf schlogger.de oder auf schlogger.shop.de und wenn ihr dann nur lernt, wie man dem Stu oder uns allen hier beim Tele-Stammtisch eine gepfefferte Kommentar in irgendein Kommentarfeld hier reinpfeift. Wir freuen uns drüber oder freuen wir uns nicht drüber. Probiert es einfach aus und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Und ich mache jetzt mein Buch fertig, alles Idioten außer du, das besteht einfach nur aus einem Bild und dann auf dem Bild zu sehen seid ihr. Tschüss. Haufe ich nicht. Würde ich auch nicht kaufen. Aber, naja, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.